Nächster Kampf, meine 2. Kürbungsstürmer, Niklas Mockin, der hat sich aubert, gegen Elnohrheim, Hermann Neum, und jetzt kann Hofvold verlegen. Au, 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 Au! Das ist ja die Sportabinie, die Sprengen bitte hinter mir absperren. und am Client ist der Klammer auf der frühen Kältern mit dem Shipwurz ist der Klammer der Sonne. Der Klammer ist aber auch der Klammer ist. Die Klammer ist so wichtig, die Luka zu spielen, mit dem rider Sieg-Fuhr zu spielen, die Arzt gewonnen hat. Ja, schön. Arne, schön. Ah, ich bin dran. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017